Anna Ermakova, 23, lässt die Konkurrenz blass aussehen. Die Tochter von Ex-Tennisstar Boris Becker, 55, liefert bei der diesjährigen Staffel von Let's Dance einen grandiosen Auftritt nach dem anderen ab. In der vergangenen Show hatte es erneut 30 Punkte für die Beauty geregnet, die Jury um Joachim Jambi, 58, Mozi Mabuse, 42, und Jorge González, 55, ist jedes Mal aufs Neue geflasht. Auch heute haut das Model alle vom Hocker. Zusammen mit ihrem Tanzpartner Valentin Lusin, 36, begeisterte Anna mit einem langsamen Walzer, die beiden schwebten regelrecht über das Parkett. Die Jury rührte diese Performance zu Tränen. Das war wahrscheinlich der beste Walzer, den es gab seit Beginn der Show, erklärte Mozi. Dem konnte der sonst eher strenge Jambi nur zustimmen. Du bist bisher jeden Abend Weltklasse gewesen, du bist so weit weg und lieferst jede Woche ab, das ist sensationell. Zum Schluss holte sich die Britin deswegen auch ihre wohlverdienten 30 Punkte ab. Auch Renata Lusin, 35, kaum aus dem Staunen im Publikum gar nicht mehr raus und wirkte sichtlich gerührt. Über die Tanzpartnerin ihres Mannes Valentin fand die 35-Jährige auf Instagram vor wenigen Wochen auch nur lobende Worte. Anna, du bist so ein fleißiges Bienchen mit einem riesengroßen Herz, hatte sie geschwärmt. Anna, du bist so ein fleißiges Bienchen mit einem riesengroßen Herz, hatte sie geschwärmt. Anna, du bist so ein fleißiges Bienchen mit einem riesengroßen Herz, hatte sie geschwärmt.